Den ganzen Tag nur am Handy. Zurück an die Arbeit. Nicht schlapp machen. Ein unbewahrter Laptop. Einmalige Chance. Ladungsunterlagen könnten zu ihrem Vertriebszentrum führen. MJ. Komm schon, komm schon. Ah, nein. Schon gut, ich sag's an Jungs. Die Kostas Familie macht wohl Ärger. Wollen anscheinend einen Krieg anzetteln. Ich muss kurz drüber nachdenken, wie wir weiter vorgehen. Äh... Äh... Stimmt es, dass Seimerhead einen Kopfschuss überlebt hat? Aber... Hat einer der Kunden zurück auf den Typ gespuckt, der geschossen hat? Seitdem hat er die Platte im Kopf. Ja, pass mit ab! Wer bringt das in Ordnung? Du! Ich! Wie wär's mit dir? Wie wär's mit... Nein! Was? Du dachtest, ich hab's hier angesichts... Moment! Oh... Ein Eindringling! MJ. Okay. Hey, stimmt es, dass Heimerhead einen Kopfschuss überlebt hat? Hat eine der Kugeln zurück auf den Typen gespuckt, der geschossen hat? Seitdem hat er die Platte im Kopf. Ich verpass ihn einer Abkühlung. Ja, was denn? Wer bringt das in Ordnung? Du? Ich? Wie wär's mit dir? Wie wär's mit nein? Wie wär's mit... Hey, wer ist da? Na, guck doch mal her. Er ist getroffen! Hätte jetzt beim Spiel sein können! Mann wird getroffen! Ich seh' besser, was er war. Okay. Hey, ich hab's mir nicht eingebildet! Was war das denn? Keine Ahnung, aber du machst einen Mittagchen. Mann getroffen! Ich bin schon viel zu lange im Leben. Ich bin schon viel zu lange im Leben. Was ist das denn hier raus? Okay, Leute, versammelt euch! Wir müssen darüber reden! Denkst du, in den Kostas, werden ein Problem sein? So knapp hätte es nicht sein müssen. Elenda! Sorry, sorry, sorry! Was machst du hier? Und warum riechst du nach Pizza? Weil ich gerade Pizza hatte? Tja, während du entspannt essen warst, habe ich Hinweise gesammelt und ein vermisstes Kind gesucht. Schneller konnte ich nicht essen. Ich muss ein paar Spuren nachgehen. Ich ruf dich an. Notiz an mich selbst. Kein Kopf über nach Peperoni-Burst-Pizza. Ich brauche deine Hände. Ich sende dir den Standort. Felicia, was bleibt? Unglaublich. Sie erwartet, dass ich einfach angelaufen komme. Und was tue ich? Komme angelaufen. Alle Einheiten, wir haben eine Bauchkriege gegen Anjagung zurückgeführt. Konjunktur in der Nähe von der Welt. Hey Peter, ich habe nachgedacht, du hast vollkommen recht. Ich muss mich erst mal auf die Schule konzentrieren. Schön zu hören. Aber ich bin aktiv, so habe ich mir das Basketballteam angesehen. Ist doch okay, oder? Ähm, ja. Bleib aber vorsichtig. Bleib glaubwürdig. Mach nichts zu auffälliges. Was denn? Naja, also kein Dank. Oh, klar. Na natürlich. Miles? Es war bloß ein Mal und was mit Ihnen? Es war so perfekt, ich wünschte du mir erst da gewesen. Miles? Ich mache es nicht nochmal, versprochen. Und wenn du anfängst, mit mir zu trainieren. Oh, lass mich nachdenken. Cool, cool. Okay, Zeit für die Hausaufgaben. Ich muss los. Da ist es. Lieber vorsichtig sein. Okay, Spidey. Einfach nicht an mögliche Konsequenzen denken. Äh. Ja, vergleiche ich per famouser. so der schlüssel notsicherung auf nebenbomben aktiviert nicht zu weit ich helfe gern auch sehr gut nicht zu weit kümmern wir uns darum kein thema so raus mit dir organisiertes verbrechen das bin ich nice was schauen wir uns da an? war ein tipp von einem freund hammerhead bewahrt etwas sehr wertvolles in dem büro über der bar auf ziemlich viele typen wenn sie mich sehen ist mein sohn tot ich lock sie raus du schlechst dich rein mein held komm schon bitte wirst du hier wollte ich gar nicht ich bin bereit mit der katze schlechte idee ich traue nicht mal genug um mir die tür auf zu halten die 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 viel erfolg aber du hast jetzt erst mal seine pause ich habe da so eine wilde vermutung so du machst jetzt erst mal einen abgang du auch nein mit dem ist ich mag zwar älter geworden sein aber nicht ich bin ein gutes Nein, nicht! Na, greif er! Du bist schon aus meiner Arzt, hast du? Nein, ich hab nur vergessen! Für die Sprache überschlagen. Hey, den hab ich schon! Nein, wirst du nicht! Ich, ich, hier, zieh sich aus den Betten! So, ich steh auf! Du lässt dir ganz schön Zeit, was? na ja zeit lassen würde ich das jetzt nicht nennen ich bin gerade k.o gegangen sorry black hat alter 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 nein ich meine ich ja ich meine das ist kein wettbewerb weißt du ein guter pin spinne gewöhne ich dich dran nein mein arm ist ausgekugelt so wie das aussah ok 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 kann ich dir das da unterjubeln anscheinend nicht wir sind ein gutes spiel meine güte also die minigun typen die machen wir sind ein bisschen fettig hey Hey, den hatte ich schon! Nein, hattest du nicht. Vorher, komm! Wir sind ein gutes Team, Spinne! Wir wünschen dich dran! Halt dich aus unseren Geschäften raus! Kann ich mich mal einmischen? Nein, darfst du nicht! Meine Ausrüstung? Nein, ich hab nur... Er gibt es! Geschmack! Das hat gut getan! Tonic, komm! So... Du zuerst, Spinne! Nein! Nein, nein! Ja! Ja! Hast du rausgefunden, wo der Tresor ist? Nein! Aber wir grenzen es ein! Und da halten sie definitiv mein Sohn fest! Ja, wenn wir schon dabei sind... Ich glaube, wir müssen da noch über was anderes reden! Ich glaube, wir müssen da noch über was anderes reden! Vermisst du das manchmal? Was? Wie ich angeschossen werde, während du Sachen stehst? Ich hab versucht, ehrlich zu werden! Ich hatte einen Job ohne Aufbrechen oder Einbrechen! Und an Wochenenden sogar Jogginghosen an! Ich hab mich gefragt, wo du hin bist! Das muss schwer gewesen sein! Besonders mit einem Kind! Ich muss Tee vergraben! Wenn ich ihn finden will! Lass mich dir helfen! Wenn wir schon zusammenarbeiten müssen... Manches mach ich lieber allein! Manches! Ich melde mich, wenn ich zwei Hände mehr brauche! Ach, Felicia! Hey, MJ! Was Interessantes auf dem Laptop gefunden? Ich entschlüssel noch die Daten! Bald müsste ich was haben! Gut! In der Zwischenzeit haben wir eine neue Spur! Wir glauben, Hammershead hält ihren Sohn in einem Trésor fest! Aber wir wissen nicht, wo der Trésor ist! Sobald ich die Daten geknackt habe, können wir mit deiner Butter mein Brot schmieren! Wir sehen uns beim nächsten Mal! In der Zwischenzeit Department, die Aufmerksamkeit, den Kopf zu sehen! Wir sehen uns beim nächsten Mal!